ARD Text im Auftrag von Funk Ich fick meinen Händen, Digga. Halbherzenpack bekommen. Ich hab einen Herzpack wegen dir bekommen. Ja, Digga, sonst hättest du nicht reagiert. Was soll ich machen? Ich wusste eigentlich, was ich machen will, aber du hast mich so voll gespampt, da wusste ich auf einmal nicht mehr, was ich machen will, Digga. Schade. Okay. Holy. Digga, hab ich das gesehen. What the hell? Bist du da durchs Portal gekommen? Digga, du hast so geholfen, dass ich da einfach durch bin tot. Oh mein Gott, das ist so ein Pech, Alter. Ich glaub's ja nicht. Okay. Ich call's. Er stirbt jetzt gleich. Klipp das mal, Digga. Yo, die Isanami schon am eskalieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat sich in den Toast geholt, Digga. Mithery! Digga! Was machst du? Meine Uchi ist verbracht. Hä? Mhm. Nein! Zu früh! Oh, ach, Mann. Oh, ho, 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 ho. Nice. Ja. Na, halt zum Maul. Oh, fuck. Oh, nice. Oh, my God. Oh, gefickt, Digga. Immerhin mache ich drei Outfit-Tags auf einmal immer. Ja, voll geil. Du kannst auch 17 Mal deine Fähigkeiten hintereinander abgeben. Komm. Äh, hallo? Hey? Hallo? Also, der beste Möchner, der umgeht, gewinnt hier dieses Game anscheinend. Äh, kriege ich den Birken oder? Okay, ich habe ihn bekommen, ich habe ihn bekommen. Ich komme nicht mehr klar, Alter. Ich sehe gar nicht mehr durch. Ja, ich habe gerade ein Maschinengewehr von Outfit-Tags gemacht, Digga. Ach, die fuck. Ich denke, bei der Eins kann ich jetzt auch dreimal schießen. Ja, macht ja Sinn. Ich habe drei Kampfe. Okay, Susanne und Blink, Alter. Was geht? Was? Hat das jemand gesehen? Hat das jemand gesehen? Ich denke, die ich nicht gesehen habe. Ich denke, der ist einfach nicht mehr weg. Oh, hey, two, two, one. I'm giving you extra damage. Let's go. Let's go, Dino. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hey, Umut, speichern Sie noch bitte. That's disgusting. Da ist ein Blink, Digga. Äh, da ist ein Türmeich. Da ist ein Blink. Das könnte auf jeden Fall wieder sein, Digga. Wenn ich zu Paul wäre, das auszupacken. Digga, kennt ihr das in den Schnuckhofer und noch rübsen? Was? Ich will da einfach mal ran. ich habe noch mal ein bisschen wein und dann 23 27 ja notfalls in der alkothek wo sind die mitspieler wenn man sie braucht er mag sich nicht mehr ich bin zu einem fahrt ich hab nichts mehr getroffen ja die sind auch noch getötet oh man was macht sie da ist jemand da? ja die leechten Was? Okay. I don't trust it. Yeah, yeah. I'm coming. Oh, boy. Oh, they're continuing. Oh, they leeched it. They're just baiting. I got it. Oh, man. Oh, you got it? Nice. I'm gonna die for this. Run. Yeah, thanks. Oh, man. Okay. Leute. The classic first blood. I'm coming back. Der hat keiner gesehen. Was ist passiert, Digga? Digga! Ich meine, hab ich das getroffen? Ich muck dich übertönen. Oh. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Was war denn das? Ich hab grad ein Herzfuck bekommen. Der Mercury dachte sich auch, was machst du für eine Scheiße? Der tat sich gerade, ich geh dir kotzt. Oh, geil, Digga. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.